Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 11. Juli 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1222, heute mit den folgenden Themen. Sony Twitter, Samoros 3, Starlinked Mori Team, Irland Nothing, MetaQuest, Solar Auto und Android. Ja, zum Wochenstart gibt es einiges an Neuigkeiten und ich würde sagen, nachdem ich euch ein schön gutes Aufwachen, guten Morgen gewünscht habe, geht es auch gleich los und zwar mit Sony. Habt ihr schon mal digitale Filme gekauft? Ich ja und ich habe es auch schon mehrfach bereut, denn das eine oder andere, wie zum Beispiel damals als Google seine Plattform oder die App oder die Möglichkeit gewechselt hat oder ich weiss gar nicht mehr, wie das andere hiess, die Plattform, irgendwas, wo ich dann von einem Blu-Ray-Anbieter, ich weiss nicht mehr, es war kompliziert. Ich habe da mal irgendeinen Film unbedingt haben wollen, den gab es nur da, den habe ich gekauft. Kurze Zeit später ging der Dienst offline und es hiess, es wird übergewechselt zu einem anderen Dienst, da muss ich einen anderen Dienst eröffnen, welcher dann auch irgendwann wieder mal weggegangen ist. Ganz wichtig zu wissen, wenn ihr euch einen Film auf CD oder Blu-Ray kauft, was eigentlich auch doof ist, weil ihr so blödes Plastikabfallzeug generiert, dann gehört euch der, den habt ihr mit Eigentumsrecht erworben. Das heisst, ihr dürft den auch weiterverkaufen, ihr dürft den ausleihen an Freunden, was ihr nicht dürft, ist eine kommerzielle Geschichte daraus machen, also quasi ein eigenes kleines Kino aufbauen, Eintritt verlangen und so Geschichten, aber ihr dürft mit Freunden zusammen den Film anschauen und so weiter und so fort. Wenn ihr aber digitale Inhalte, wie eben jetzt zum Beispiel so einen Film kauft, dann habt ihr nur ein sogenanntes Nutzungsrecht. Und dieses gilt auch nur so lange, dass der Anbieter euch den Inhalt zur Verfügung stellt. Das heisst, wenn ein Anbieter die Rechte selber daran verliert oder keine Lust mehr hat, den Laden dicht macht oder was auch immer, kann sein, dass das Zeug bei euch verschwindet. So ist es gerade passiert bei Sony Playstation Network. Wer darüber Filme gekauft hat, in Österreich fallen 140 Filme aus dem Sortiment heraus. In Deutschland sind es sogar doppelt so viele Inhalte. 314 Artikel kommen einfach trotzdem, dass man die mal für teuer gelt, weil die sind ja meist gleich teuer, wie wenn man es auf dem Rolling kauft, einfach verschwunden. Ja, sehr, sehr unschön und das sollte euch zu denken geben. Kauft keine Filme, light sie euch oder macht da bei so einem Streaming-Geschichte mit, wo ihr das Zeugs euch immer wieder mal anschauen könnt, solange es natürlich auch da mit drin ist. Unter anderem sind Apocalypse Now, John Wick, La La Land, Saw und The Hunger Games. Das sind so Spiele, äh Spiele, genau, das sind Filme, die eben da aus dem Sortiment rausgefallen sind, weil, ah, mühsam, wie gesagt, sehr, sehr unschön. Dann gab es Ende letzter Woche, ja, die Daily-Woche war halt schon vorbei, deshalb erst jetzt Twitter bekannt gegeben, oder besser gesagt, Elon Musk hat bekannt gegeben, Breaking News, er möchte kein Twitter kaufen. Er sagt, Twitter sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, hat ihm nicht zusätzliche Informationen bereitgestellt, wo er dann bla bla und so weiter. Ja, das Bla bla könnte nächstens vor Gericht enden, darauf wird es wohl hinauslaufen, falls die beiden sich nicht noch andersweitig finden. Twitter selber sagt, Elon Musk darf nach wie vor Twitter kaufen, natürlich zum abgemachten Preis. Wenn ich so auf meine Aktiendepot schaue, dann, äh, ja, zum doppelten Preis, was aktuell die Aktie wert ist. Mal schauen, wie es da weitergeht. Dann gibt es Neuigkeiten. Samorost 3, und zwar in der Plus-Variante, Plus, weil die müsst ihr nicht kaufen, sondern wer Apple Arcade das Abo hat, kann das Spiel kostenlos spielen. Um was geht es da? Ja, es geht um einen kleinen, ja, einen Gnom, der aus dem Weltraum kommt, der in verschiedenen Welten Rätsel entdecken und lösen darf. Wer mag gerne mal anspielen, ich habe es mir schon runtergeladen, schaut sehr, sehr süss aus. Elon Musk mit Twitter, nee, nicht nur, heute gibt es auch Elon Musk mit Starlink, der hat nämlich einen neuen Service vorgestellt, Starlink Maritime. Wenn man Starlink, die Internetgeschichte nutzen möchte, was durchaus Sinn macht, in Regionen, wo man sonst nicht gut Internet bekommt, der kann das jetzt neu auch auf See tun. Und wie so viel es auf See ist, auch das ein bisschen kostenspieliger, wenn man das aber mit normalen Diensten vergleicht, deutlich günstiger als anderes. Elon Musk selber hat es verglichen. Sie haben bis jetzt externe Dienste genutzt, wenn sie mit Drohenschiffen etc. unterwegs waren. Und dafür haben sie pro Monat 150.000 US-Dollar bezahlt. Nee, so teuer wird es nicht. Die Grundanschaffung der Hardware, die deutlich stabiler ist als das, was man für am Land kaufen kann, kostet 10.000 Währungseinheiten. Oben drauf kommt dann noch pro Monat 5.000 Kosten, die ihr für das Internet bis zu 350 Megabit in der Sekunde und niedrigen Latenzen bezahlen müsst. Wie gesagt, für Menschen, die eh mit dem Schiff unterwegs sind und bei einer Tankladung mal schnell 10.000 oder 20.000 reinlassen, das war noch lange vor Corona, für die ist das dann auch kein wirklicher Preis, sofern sie natürlich da durchgehend Internet haben möchten. Das Schöne daran ist, es ist monatlich buchbar. Das heisst, man schafft sich einmalig die Antenne an oder das Satellit besser gesagt und kann dann monatsweise das Internet dazu buchen, wenn man es dann mal braucht. Wahrscheinlich eben so eher im Sommer, Frühjahr oder vielleicht noch im Herbst, aber im Winter dann pausiert man das Ganze einfach. Weiter geht es mit Facebook. Da gibt es jetzt auch in Dublin ein bisschen grösser Widerstand. Bis jetzt waren die Irländer eher ein bisschen gemässigter und haben die ganzen Firmen tun lassen, was sie getan haben. Durch die EU-Dazugehörigkeit hat sich das ein bisschen angezogen. Was heisst das? Ja, sollten die neuesten Verhandlungen zwischen EU und USA nicht, oder besser gesagt EU und Meta, nicht zu einem guten Weg kommen, könnte da die Kappe reissen. Ich bin mal sehr gespannt. Gehe mal nicht davon aus, dass es soweit gehen wird. Zuckerberg und Co., also Meta, hat bekannt gegeben, dass sie wieder mal, gleich wie beim letzten Mal, gedroht, sie werden die Dienste für Europa einfach einstellen, falls das wirklich so kommt. Ich glaube, so schlimm wäre das nicht. Wir wären da ein bisschen befreiter. Und dann wären Blogs, wie das neue heisse Ding. Vielleicht, wie auch immer. Nothing hat wieder mal ein bisschen was rausgehauen, nachdem wir schon in kleinen Scheibchen ein bisschen zu der Hardware hinten drauf und Kamera etc. gesehen haben. Kamera eben nicht, sondern einfach nur, wie es ausgeschaut hat. Wissen wir jetzt mehr. Am Dienstag, also morgen, wird das Telefon offiziell vorgestellt. Was man jetzt bekannt gegeben hat, ist der Hauptsensor. Das ist ein Sony IMX 766. Ein 50 Megapixel-Sensor, welcher bei anderen hochpreisigen Smartphones, aber auch Mittelklassen-Smartphones auch schon verbaut wurde. Was die zweite Linse ist, das wollte man nicht verraten. Ja, ich meine, langsam ist gut genug der ganzen Geschichte. Der Hype ist da, der Hype war da, das Telefon soll kommen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann wirklich weitergeht. Und vor allem, was sie da noch zu sagen haben. Dann gibt es Neuigkeiten von Meta. Wir bleiben beim Herr Zuckerberg. MetaQuest, das ist die Geschichte mit dem Headset und der Möglichkeit, da eben abzutauchen in die virtuellen Welten. Da wurde immer ein Facebook-Konto zwingend hervorgerufen. Dem soll jetzt dann nicht mehr so sein. Zuckerberg, oder besser gesagt, Meta hat verlauten lassen, doch Zuckerberg hat es gesagt, dass der Zwang eines Facebook-Kontos aufgelöst wird und man kann ein reines Meta-Konto machen. Also, Daten sind sowieso bei Facebook. Und wahrscheinlich wären die auch wie bei WhatsApp intern dann doch geteilt, obwohl man sagt, man tut es nicht. Aber ihr kennt es ja. Tianjin, wenn man es dann so ausspricht, heisst ein neues vorgestelltes Solarauto. Ein rein solarbetriebenes Fahrzeug soll es sein. Also nicht wie der Sonos Motors aus dem deutschen Lande oder Lightyear, wo man zusätzlich auch noch den Stecker reinmachen kann zum Strom generieren. Hier geht es wirklich voll mit den auf dem Dach befindlichen und so abspaltbaren Solarpanels. Rein darüber wird die Batterie geladen und damit soll man dann unterwegs sein können. 73 Kilometer, 79 Kilometer Stunden, genau 79 Stundenkilometer kann es schnell fahren. 75 Kilometer kommt es weit und die Energiedichte liegt bei 330 Wattstunden pro Kilogramm. Da dürfen wir natürlich gespannt sein, wie das schlussendlich ankommt. Das Auto soll autonom fahrend sein. Es hat also auch kein Steuer etc. Somit denke ich nicht, dass es so ganz schnell zu uns nach Europa kommt. Aber ich bin gespannt, wie da in China der Markt der selbstfahrenden Autos dadurch mehr entfacht wird. Das Ganze ist noch konzeptmässig, also ein fertiges Konzept, was jetzt in die Produktion geht. Mal schauen, wie schnell die Chinesen das schaffen aufzubauen. Aber wir wissen ja, die Chinesen können sehr, sehr schnell sein, was solche Dinge anbelangt. Sehr, sehr schnell könnte es auch gehen, dass wenn ihr euer Smartphone rumliegen habt, ihr einfach Werbung angezeigt bekommt. Ihr kennt das vielleicht noch vom Amazon Kindle. Den konnte man ja ein Weilchen lang, ich weiss gar nicht mehr, ob das immer noch so ist, in zwei Varianten kaufen. Einmal Vollpreis und das Gerät gehörte euch. Und das andere war ein niedrigerer Preis. Dafür habt ihr immer Werbung angezeigt bekommen auf dem Sperrbildschirm, wenn ihr das Gerät nicht genutzt habt. Das Gleiche soll in Zukunft mit Android-Smartphones passieren. Ich freue mich ja schon darauf, wenn dann das soweit ist. Denn nein, ich freue mich überhaupt nicht. Aber lassen wir das Thema. Im Sperrbildschirm Werbung anzeigen. Dafür hat Google eine Kooperation mit einer externen Firma, einem Unternehmen namens Glanz, wie man es auch immer ausspricht. Man weiss, dass Google da rein investiert hat. Man weiss nicht, ob man Partner ist oder ob sie einen grossen Teil übernommen haben. Oder wie auch immer, vielleicht übernehmen sie das Ganze auch komplett. Das wissen wir aktuell noch nicht. Aber auf jeden Fall soll das jetzt auch in den amerikanischen Markt kommen und somit dann sicherlich auch ziemlich schnell nach Europa. Aktuell ist schon bei 400 Millionen Nutzern aus dem asiatischen Raum das Ganze aktiviert. Und das Spezielle daran ist, dass es nicht Google in dem Sinn sind, die da direkt Werbung schalten, sondern es sind die Provider, die dann dadurch wiederum das Smartphone den Kunden günstiger abgeben und da ihre Werbung ausspielen können. Natürlich zweigt auch Google seinen Anteil mit ab, aber somit haben die Provider eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal, wenn wir in einen Provider-Shop gehen, für einen Smartphone verkauft bekommen. Nämlich garantiert kein iPhone mehr, weil mit dem Androiden der Wahl lässt sich dann deutlich mehr verdienen, weil der Provider da auch noch hinten oder im Nachhinein fleissig mit verdienen kann. Ich bin mal gespannt, ob das der nächste Trend sein wird, mit dem Google oder eben auch die einzelnen Provider dann deutlich mehr Geld verdienen und somit auch das Android-Geschäft wieder ein bisschen ankurbeln könnten. We will see. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören. Wenn alles klappt, hören wir uns diese Woche noch das eine oder andere Mal. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.